Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele! Lass gern dein Like, dein Kommentar und auch dein Abo da. Und wie du schon sehen kannst, heute mit dabei Diana Cooper, Weisheitskarten und Doreen Virtue und Robert Reeves, das Blumen der Engel-Orakel. Auch beide wieder sehr zu empfehlen. Mit dabei wieder Timos Lichtblick, Lennomore-Karten. Und wenn du an dir selbst arbeiten möchtest in einem Personal-Personal-Coaching, dann kann ich dir mein Timos und mich empfehlen. Wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, schau unten in die Videobeschreibung und ansonsten geht's direkt los nach einem Schnelldurchlauf. So, liebe Seele, es strömt ein Hauch. Nicht nur ein Hauch, sondern enorm viel Energie mit heute. Sehr, sehr viel, was angepackt wird. Man sieht hier schon, Fortschritt wird geschehen. Es geht nach vorne. Es geht vor allem zwar nur in kleinen Schritten, aber Sorgen werden aufgelöst. Das ist schon mal vielversprechend. Und da liegt die Macht mit dabei. Wer Ruhe, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit ausstrahlt, der besitzt eine natürliche Macht, der sich nur wenige Menschen entziehen können. Wer Macht über sein Leben erlangt hat, akzeptiert die Dinge, wie sie sind. Schiebt niemanden und nichts Schuld zu und sieht auch nichts zurück. Stattdessen lebt er weise in der Gegenwart und handelt mitfühlend und entscheidend. Ihre innere Weisheit weiß, dass wahre Macht nicht von außen kommen kann, sondern tief aus ihrem Inneren entspringt. Mächtige Menschen ziehen die Unterstützung anderer Menschen an, die ihrerseits durch die Anwesenheit der Macht gestärkt und inspiriert werden. Bewahren sie sich immer ihre Mitte, dann werden sie mächtiger und mächtiger werden. Ich bin mächtig. Und da geht es schon in den Impuls hinein, dass hier Sorgen aufgelöst werden. Also hier nochmal der Impuls. Du kannst dir etwas Gutes tun mit dem Coaching. Das Kennenlerngespräch geht 30 bis 45 Minuten, wo wir deine komplette Lage analysieren, wo ich dir ein perfektes zugeschnittenes Paket auf dich anbieten kann. Und dann können wir auch schon direkt loslegen, wenn das in deinem Sinn ist. Wie gesagt, der Link dazu in der Videobeschreibung. Die Macht also, Zurückgewinn in deinem Leben, bedeutet natürlich auch sehr, sehr viel für dein Vorankommen. Dein Vorankommen ist nämlich das, worauf du hier achten solltest, dass du, naja, nicht zu sehr in der Vergangenheit bist, aber auch nicht zu sehr in der Zukunftsvision, sondern dass das hier und jetzt eine Veränderung mit sich bringt. Also es stehen auch Entscheidungen bei, die hier auch in guten Verträgen der wohlwollenden Liebe liegen. Aber du musst die Macht natürlich auch haben, für dich selbst zu entscheiden. Die Leichtigkeit kommt heute auch, weil du dir selbst etwas Gutes tust. Du merkst auch, dass die Arbeit, die du bereits an dir getan hast, schon positiv wird. Und du wirst auch im Außen den Impuls bekommen, dass man Weisheit auch bei dir sucht, was dir einen neuen Blickwinkel so ein bisschen auf deine Lebenssituation gibt. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt weiß ich nicht, mein Mikrofon ist gerade eben ausgefallen. Hoffen wir mal, es hat alles aufgenommen. Sehr, sehr schön die Sachlage, die inspirative Sachlage. Nämlich, dass du persönlich, ja, den Blickwinkel eben bekommst für dein Leben, dass hier ein neuer Impuls auf dich zukommt und daher auch für dich wendbar ist. Wir haben hier, sei positiv, Promeliengewächs. Deine Gedanken sind die Blaupause für deine Erfahrungen. Also sorge dafür, deinen Fokus auf das Positive zu richten. Das Positive zu richten ist nämlich, dass die Vergangenheit verändert wird und da hier eine Klarheit für dich und somit auch eine positive Wendung für dich in deinem Seelenvertrag stattfindet. Für dein Hier und Jetzt und Heute ist es jetzt nicht nur die Vergangenheitsarbeit, weil du kannst ja nicht dauerhaft nur in der Vergangenheit leben, wie gerade eben schon gesagt, sondern es geht hier auch um die Thematik, das Positive für dich mitzunehmen. Also alles, was dir gut tut, heute auch mal festzuhalten und in gewisser Art und Weise auf deine Ebenen im Leben so ein bisschen projizieren. Sei es die Arbeit, sei es auch der Mangel, also die Sorgen, die du hast. Vielleicht präsentieren sie dir irgendetwas, wo auch deine Gaben darunter versteckt sind. Ja, und die Form der Leichtigkeit oder der Verspieltheit. Vielleicht bist du in letzter Zeit sehr häufig im Mangel gewesen, wenn es um die Thematik geht, ja, den Alltag zu schwer zu sehen, zu viele Sorgen zu machen. Vielleicht hat dir so ein bisschen die Verspieltheit gefehlt, vielleicht auch ein bisschen das Wagnis Neues anzugehen. Aber die Macht liegt ja bei dir, deswegen kannst du schon wagen. Denn in der Verspieltheit liegt hier heute die Neugeburt. Schön zu sehen ist auch, dass du bereit bist, Überraschungen anzunehmen. Davor warst du eher so ein bisschen skeptisch gegenüber Überraschungen und wolltest lieber Klarheit als eine Überraschung. Hier bist du aber auch wieder offen für Überraschungen, schöne Treffen. Und heute wirst du auch überrascht durch ein schönes Treffen. Auch eine sehr, sehr schöne, positive Seite deiner Blaupause. Das darfst du gerne annehmen. Vorstellungskraft. Bilder sind die Bausteine der Schöpfung. Mittels einer ausgeprägten Vorstellungskraft können sie aus Ideen etwas Neues, Inspirierendes und Erfolgreiches schaffen. Dabei sind ihnen keine Grenzen gesetzt. Fantasie wird Realität, wenn sie mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Ihre geistigen Bilder haben gefolgt von den entsprechenden Taten die Macht, ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Achten sie darauf, dass ihr geistiger Fokus immer positiv ist, denn ihr Vorstellungsvermögen kann sowohl für sie als auch gegen sie arbeiten. Erfolgreiche Menschen wissen immer genau, was sie wollen. Ich setze meine Vorstellungskraft ein, um meinen Horizont zu erweitern. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Leitsatz für dich. Erfolgreiche und auch Menschen, die geheilt sind oder die in ihrer inneren Mitte sind, die wissen, was sie wollen. Die wollen auch nicht lange Zeit verlieren. Die grübeln auch nicht lange über eine Entscheidung nach. Menschen, die bei sich sind und auch wissen, es gibt immer einen Weg, wenn ich das wirklich will, die handeln. Und das darfst du heute auch mal für dich so ein wenig mit in deinen Tag nehmen. Handle. Wenn du eine Chance siehst, was deine Bewusstseinsarbeit oder, ja sagen wir mal, Blockadenaufarbeitung, Traumaaufarbeitung betrifft, dann handle und komm zu uns ins Coaching. So gesehen, wenn du sagst, du hast schon die ganze Zeit die Möglichkeit, da ein neues Auto zu holen. Handle. Handle, Handle, Handle. Neuer Job, Handle. Ausbildung, Handle. Ganz egal, was ist Handle. Denn du wartest immer so ein bisschen vergeblich in deinem Rückzug auf den richtigen, perfekten Zeitpunkt. Aber den wird es nie geben. Denn überleg mal, wie oft du dir in deinem Leben schon gesagt hast, warum habe ich denn nicht früher schon? Jetzt ist dieses früher schon in fünf Minuten eigentlich, ja. Wir müssen handeln und wir müssen auch lernen, wieder zu uns zu finden, um unsere eigene Verantwortung zu übernehmen. Sehr schöne Sache. Ausgewogene Freundschaften. Gerbera und Marsliebchen. Deine Freundschaften funktionieren am besten, wenn das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen gewährt bleibt. So, deine Freundschaften sind heute ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, eben diese Verspieltheit auch wieder auszuleben. Das heißt, geh und erleb was mit deinen Freunden. Heute liegen schöne Unternehmen gerade am Wasser parat, auch wenn das Vetter vielleicht nicht ganz so mitspielt. Aber das Erlebnis gibt dir auch wieder diese neue Energie und du merkst dann auch richtig, was dir im Leben bisher gefehlt hat. Nicht nur dieser Spaß an Abenteuer oder diese Leichtigkeit, einfach mal den Kopf auszuschalten, sondern du merkst, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die du so lange auf die Seite geschoben hast, dass du schon gar nicht mehr gewusst hast, dass sie Teil von dir sind und deine Freunde zeigen dir das heute auf. Also auch hier der klare Blick dazu. Ich komme in meine Leichtigkeit zurück, wenn ich mich entscheide und handle. Auch hier sehr, sehr schön. Der gegenseitige Vorteil. Ein weiser Mensch wird nach Lösungen suchen, bei denen alle Beteiligten etwas gewinnen und ihren Selbstrespekt behalten können. Das mag bedeuten, dass man manchmal darauf verzichten muss, seine Interessen um jeden Preis durchzusetzen. Dafür ziehen dann alle Beteiligten Nutzen aus der Situation, kultivieren sie die Idee des gegenseitigen Vorteils. Sie werden dafür durch hilfsbereite Kollegen, gute Freunde und Wohlstand belohnt werden. Der gute Wille, den sie jetzt an den Tag legen, wird sich positiv auf ihre Zukunft auswirken. Andere Menschen werden sie unterstützen und ihnen bei ihren Projekten helfen. Gegenseitiger Vorteil ist die Zauberformel der Zukunft. Ich erschaffe immer Situationen, in denen alle gewinnen. Und das ist eben Kollektivarbeit. Ganz egal, was du heute tust, du wirst in Zukunft sehen, dass jeder davon profitiert. Nicht nur geldtechnisch, nicht nur heilungstechnisch, sondern allgemein. Durch die Weisheit, die du heute weitergibst, Worte, die du heute weitergibst, kommt ein großes Kollektiv zusammen und kann diesem Leitsatz folgen. Und dann wirst du auch merken, eine Hand wäscht die andere. Achtet immer darauf, mit wem ihr aber connectet. Denn eine Hand wäscht zwar die andere, aber beide waschen das Gesicht. Man möchte also keine dreckige Hand ziehen, die es nicht ernst mit einem meint. Aber wir haben hier schon die Positivität in den Freundschaften. Das heißt, da bist du an guter Stelle. Mach dein Herz auf mit den roten Rosen. Je mehr du dein Herz öffnest, desto größer wird deine Liebe. Vergangene Blockaden und Wunden werden geheilt und du wirst die wahre Leidenschaft finden, die du suchst. Und die wahre Leidenschaft liegt nicht in der Liebe, wie du jetzt vielleicht annimmst, sondern wir haben es hier ganz klar in der Arbeit drin liegen. Also auch der Weg zu deiner Berufung liegt unter deinen Blockaden vergraben. Was natürlich ein schönes Aufzeigen dafür ist, dass du da heute ja entweder den ersten Schritt machst, in dem du mit uns zusammenarbeiten möchtest oder für dich weiterarbeitest und dann deine Taktung findest. So, wir haben die Macht in der Entscheidung und du wirst dich heute positiv entscheiden. Du liegst hier im Geschenk deiner Entscheidung. Da ist nichts hinzuzufügen. Wir haben entweder den Blickwinkelwechsel, sei positiv. Jawohl. Von der Negativität gehst du in die Fülle und zeigst somit auch auf, dass du bereit bist, Fülle auch in dein Leben zu lassen. Der gegenseitige Vorteil im Geschenk liegt im Klee auch wahnsinnig, wie hier die Positivität sich breit macht bei dir. Mach dein Herz auf. Komm ins Coaching. Ja, da liegt er auch noch. Dein Neuanfang hat vor allem was mit männlicher Energie zu tun oder mit einem Mann, der dir zur Seite steht. Ich sehe mich darin, ja, muss ich ja sagen. Und die Veränderung kommt, wenn du in deine Tatkraft gehst. Vor allem aber die Verspieltheit, diese Leichtigkeit, dass du dich frei fühlst bei allem, was du tust. Das ist heute wichtig und zählt auch für dich in deinem Lebensweg. Lass gern deinen Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir weiterhin gemeinsam wachsen. Und wir sehen uns morgen auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal.